halle hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simonation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass du wieder einschaltest zu einer weiteren ausgabe der öPNV news ja wir haben richtig viel für omsi es gibt aber auch neues vom s25 addon und ja train sim wird kündigt ein bild an mit einer mysteriösen botschaft das alles und mehr gibt es jetzt hier direkt in den news damit sind wir auch direkt bei train sim world angekommen train sim world hat ein mysteriöses bild veröffentlicht mit einem datum dem 9.6 2020 was es damit auf sich hat ist nicht bekannt viele vermuten dass eventuell train sim wird 20 21 vorgestellt wird andere wiederum eine neue strecke unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen dass man hier ein feature präsentiert was viele sich schon lange wünschen der legendäre multiplayer modus was genau es ist erfahren wir am 9.6 2020 was genau ist und so weiter und so fort erfahrt ihr natürlich denn hier auch direkt bei uns in den öPNV news das s25 addon hat eine neue meldung verkündet und diese lautet ziel erreicht lichterfelde süd wären denn morgen und übermorgen die tage der offenen tore gewesen und hätte es kein corona gegeben dann hätte man die strecke morgen und übermorgen in ärgner bewundern können zu viele konjunktive aber ich habe den termin eingehalten den letzten monat wurde der abschnitt von langwitz bis lichterfelde süd mit den stationen lichterfelder ost ostdorfer straße und lichterfelde süd gebaut die komplette thermometersiedlung wurde neu gebaut und vieles andere mehr wir sind im jahr 2006 da fiel mir ein in tempelhof wird noch geflogen hinter südkreuz queren wir ab und an flüge alles weitere weitere bilder findet ihr auf der seite von badenjahn blogspot der link ist unten in der video beschreibung drin wir freuen uns sehr auf das addon er hat aber auch schon verkündet dass das dass der release jetzt nicht in der nächsten zeit ist man müsste jetzt hier natürlich noch einiges machen und das fahrzeug sei wohl noch nicht fertig dass man hier präsentieren möchte ob es sich hierbei um die baureihe 481 handelt ist noch gar nicht bestätigt so hundertprozentig deswegen wird es auf jeden fall interessant was jetzt so die nächsten wochen passieren wird ob wieder neuigkeiten über dieses projekt bekommen wir halten euch aber auch hier wieder auf dem laufenden wie gesagt alles weitere findet ihr unten in der video beschreibung ein neues projekt für um sie wurde angekündigt mit dem namen hohenried dies ist meine neueste map projekt genannt hohenried an der donau hohenried ist eine kleinstadt mit circa 100 bis 130.000 einwohnern angesiedelt mitten im süden baden-württembergs irgendwo im langkreis tuttlingen durchquert wird die stadt von der bundesstraße b 331 ein fiktiver ableger der b 31 durch die idyllische kleinstadt fließt die donau wird sie sich im weiteren verlauf durch das tal schlängelt für den öPNV ist das dortige unternehmen stadtbus hohenried zuständig ein tochterunternehmen der stadtwerke hohenried zuerst wird die linie 36 gebaut welche vom hohenrieder bahnhof in eine abgelegene gemeinde fährt der ortsname ist noch unbekannt welche linie noch folgen ist zum aktuellen zeitpunkt stand 2.6.2020 noch nicht klar was aber schon klar ist ist die tatsache dass ich in dieser map in irgendeiner form meine alte map landkreis grüntal integrieren möchte was bedeutet dass manche karren bzw abschnitte von grüntal auch auf hohenried zu finden sein werden im allgemeinen das projekt ist noch sehr weit von der fertigstellung entfernt heißt dass der release nicht kurz vor der tür steht wer immer up to date sein möchte und den aktuellen stand der karte mitverfolgen kritik äußern möchte oder auch einfach seine ideen einbringen will kann dies gerne entweder auf meinem discord server oder auch in den kommentaren unter den videos die jeden freitag auf meinen kanal kommen tun das ganze findet ihr unten in der video beschreibung der link zum youtube kanal und zum discord server findet ihr dort da könnt ihr euch sehr gerne anmelden wenn ihr natürlich weitere informationen zum projekt hohenried haben möchtet wie gesagt wann soweit erscheint und so weiter und so fort da kriegen wir dann hoffentlich ein paar weitere infos damit wir sie an euch weitergeben können und lasst doch gerne denn dort einen kleinen dankeschön da ein abo da wenn ihr mehr sehen wollt von diesem wundervollen projekt hohenried der citaro ist nun erschienen jetzt dafür haben sie zwei daraus wurde hat ja das ganze jetzt so veröffentlicht für 9 95 wir haben uns den in der folge und natürlich auch im live stream angeguckt und ja was soll ich sagen der bus kommt sehr gut weg viele viele kommentare jetzt bei steam unter den reviews sind sehr sehr positiv einige stimmen sind natürlich auch negativ dass das ganze hier recycelt ist dass man hier nur so ein bisschen das gehäuse überarbeitet hat der rest aber gleich sei andere wiederum sind sehr sehr glücklich mit dem bus und finden diesen absolut toll viele wiederum beschweren sich wieder über den preis von 9 95 andere wiederum sagen das ist in ordnung also hier ist man auf jeden fall an ein projekt gestoßen wo man sich noch nicht hundertprozentig weiß ja wo geht es hin aktuell sieht es aber so aus dass die mehrheit das ganze sehr positiv findet wenn man das ganze so auf steam sich betrachtet wir wie gesagt haben uns angeguckt wenn ihr mehr sehen wollt findet ihr unten in den links die news zu unseren videos und dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen wenn wir uns natürlich sehr darüber freuen um sie zwei bvg fahrzeuge und co hat ein neues repaint für den citaro von darius bode veröffentlicht diesen könnt ihr euch auf der website von um sie zwei bvg fahrzeuge und co runterladen und testen voraussetzung ist dass ihr den bus natürlich habt wer interesse hat kann sich diesen direkt runterladen denn dieser ist bereits verfügbar gehen wir weiter in bad hügelstorf gab es nämlich ein neues update gestern haben die entwickler vom addon bad hügelstorf 2020 das folgende update 1.2 herausgebracht das update beinhaltet folgende verbesserung verspäterungsanzeigen hinzugefügt neue sounds für verschiedene elemente zum beispiel taster fahrertür fronttür scheppern und vieles mehr neue sprachen hinzugefügt polnisch und französisch und repaint templates für die busse und ki fahrzeuge sind jetzt beigefügt bei der map drei neue ki fahrzeuge hinzugefügt welche einige der vorigen fahrzeuge ersetzen um die performance zu verbessern kreuzung zwischen große dollenstraße und kunsthalle überarbeitet und der fehler wurde behoben das wäre das große events unfall am hindenburgplatz fahrzeuge durch die unfallstelle gefahren sind das ist das neue update sollte er automatisch bei euch herunterladen wenn ihr das ganze natürlich über steven erworben habt gehen wir mal zum britischen content rüber denn der digibus phantom hat ein neues update veröffentlicht in der version 1.1 welche mittlerweile schon auf der version 1.2 gelandet ist in der version 1.1 für die neuesten updates wurden viele verbesserungen vorgenommen um ihre erfahrung mit dem phantom im spiel zu verbessern die bemerkenden wertesten davon sind unten aufgeführt neue niederflur variante mit knien der vorrad aufhängung rollstuhl rampe und klappsitzen hinzugefügt alle varianten haben jetzt die erste wahl zwischen rollo flip dort und led zielgeräten standard höhen variante zum standard bodenbus hinzugefügt motor und achsen geräuche wurden optimiert um das land in plan zu verbessern neue separate schalosiensteuerung in der kabine für roll blind und oder flip dort und led anzeigen wieder gebrannter innenraum und kabine von höherer qualität und so weiter und so fort in der version 1.2 gab es hier die nicht die lichter des armaturenbretts mit dem falschen logo auf der drehzahl anzeige wurden jetzt korrigiert und es sind jetzt seed parts als repaint oder repainte texturen hinzugefügt also ihr könnt jetzt die sitze jetzt repainten in der version 1.2 ist das ganze was auch noch mal dazwischen geschoben wurde waren die fehlenden schriftarten für led und flip dort anzeigen wurden jetzt noch hinzugefügt also hier gab es auf jeden fall jetzt in den letzten tagen jetzt einiges was jetzt geupdatet wurde hier bei dem digibus phantom auf jeden fall ein sehr schönes modell wir haben uns bereits angeguckt wer mehr sehen möchte der link ist unten in der video beschreibung wir bleiben aber bei digibus preservation denn die haben wieder ein neues bild vom bus gepostet diese könnte eventuell bald für omsi 2 erscheinen das handelt sich hierbei wieder um einen britischen bus digibus privations hat bereits schon ein bus veröffentlicht der digibus phantom welches eine sehr gute qualität abliefert seien wir gespannt was aus dem neuen projekt wird es gibt aktuell noch überhaupt keine infos zwecks irgendwie release preis oder sonstiges sobald wir da was neues wissen dann erfahrt ihr das hier und zu guter letzt in der letzten videos vergessen jetzt hauen wir es rein und zwar gibt es einen französischen elektrobus der nennt sich mit dem namen blubus welcher auf der karte horizon richtig gut kommt ja horizon 16 der ist ab sofort kostenlos zum donut verfügbar also wenn ihr noch auf der suche nach einem elektrobus seid und euch aber nicht in etitaro jetzt besorgt habt oder gekauft habt weil er vielleicht für euch zu teuer ist dann habt ihr hier die möglichkeiten kostenlosen euch zu angeln der link ist unten in der video beschreibung aber achtung wie gesagt es ist ein französischer bus also dementsprechend sind die ganzen armaturen und so weiter und sofort alles in französisch es gibt natürlich weitere repaints auf omsi webdis da könnt ihr euch natürlich das ganze schon runterladen wir an sich sind mit dem bus schon gefahren und ja sind so geteilte meinung muss man wahrscheinlich mögen aber macht euch am besten selbst euer bild der blubus auf jeden fall aktuell jetzt zum download wie gesagt link unten in der video beschreibung und damit kommen wir zum ende unserer news das war's schon wieder wahnsinn hat spaß gemacht war jetzt allerdings nicht viel war viel um sie wenig lotus aber gut so ist es wir können nicht zaubern wenn nichts kommt dann kommt nichts was weiter mit jetzt dem es für uns hatte ich erinnern passiert da bin ich auf jeden fall sehr sehr gespannt das ist glaube ich das ding worauf ich mich am meisten freue dieses jahr und was das ganze betreiben so im world auf sich hat das könnte noch mal interessant werden aber lassen wir uns da am besten überraschen diese woche ist es ja schon wieder soweit und dann erfahren wir hoffentlich schon mehr ich verabschiede mich wünsche euch noch einen schönen sonntag und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss